Mein Name ist Ulker Seedli. Ich habe damals die Ausbildung als Restaurationsfachfrau abgeschlossen, aber ich war da nie glücklich. Ich habe bei der Fachakademie die Masterausbildung für ästhetische medizinische Kosmetik absolviert und heute kann ich meinen Traumberuf machen als ästhetische medizinische Kosmetikerin. Ich habe diesen Lehrgang gewählt, weil ich davor noch gar keine Ahnung hatte von der medizinischen Kosmetik. Wir haben sehr viele Behandlungen durchgeführt, Mesiotherapie, Mikroniedling, Dermaprosion, auch mit dem Laser, was mir wichtig war, dass ich handlungssicher mit den Geräten umgehen kann. Mir hat es besonders gut gefallen, dass wir an uns gegenseitig üben durften. Es war toll. Nach dieser Ausbildung kann ich jetzt als ästhetische medizinische Kosmetikerin arbeiten. Heute bin ich sehr glücklich, dass ich meine Stelle als ästhetische medizinische Kosmetikerin gefunden habe.